Guck mal, das ist ein richtiger Spritzi. Guckt mal, guckt euch jetzt rum und so. Nur nicht mal zwei Sekunden, weil der Becher leer ist. Das kann das! Das Leben kann das! BAULO! Hallo zusammen! Wie im letzten Video schon erwähnt, habe ich mir was Neues gekauft. Kein Bock mehr auf GoPro. GoPro Müll, Alter! Sofort dieses Gerät gekauft hier. DJI. Ich war so begeistert von Mitch seiner, DJI. Ich habe gesagt, komm, die muss ich mir auch kaufen. Ja, heute sind wir nur zu viert. Und dabei, Francesco, der Leben wurde. Über ein Jahr war er nicht dabei. Seit Januar? Januar war das glaube ich, ne? Januar letztes Mal mit uns gefahren. Ein Jahr hat er Pause gemacht, der Lappen. Der Mitch, der Kurt ist dabei. Ja, Fußgänger ist auch dabei. Die will noch nicht. Ja, so, mal gucken, was uns erwartet hier. Wie gesagt, heute mit meiner... Und einen neuen Gurt habe ich auch gekauft hier. Ich bin mal gespannt, ob der nicht so wackelt. Der Stuntman-Gurt, den der Mitch hat. Ist leider nicht mehr verfügbar in Deutschland. Deswegen habe ich mir diesen geholt. Kostet 50 Piepen. Ich hoffe, dass der sein Geld wert ist. Ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Obwohl deine... Wenn ich so bin... Ja, ist leider ein bisschen... Auf geht's! Und ein Schörner! Wow, ey. Und ein Schörner! Wow! Ho! Schön, Alter! Schön, ne? Ja? Was ist jetzt für dich? Ach, für wen? Oh Gott! Wow! Der ist geil, ne? Der ist geil, auf jeden Fall. Wenn der trocken ist... Ja, ja, ja. Ein richtiger Ballertrail. Was ist hier denn? Nein. Das ist geil. Ja, schöner Trail, Alter, schöner Trail, schön, schön, ist geil, ja, geil. Wie viel Akku hast du noch? 78, 85, 83, da siehst du, das ist nicht das Gewicht, oder nur das Gewicht ist. Marcelo, bist du nicht dick? Achten wir, ich bin der zweitfetteste hier, du bist der Dünster von allen. Wie viel Kilo hast du? 84. Ja, siehst du, guck. Also es liegt nicht an meiner Fitness, es liegt ganz klar an meinem Gewicht, weil der ist nicht fit. Der unfit ist ja von allen hier. Ein Jahr nicht gefahren, die Lampe. Genau, das ist es. Wenn er natürlich jetzt ein Jahr gefahren wäre, dann wäre er natürlich noch fitter, weil er auch leichter ist. Aber er hat ein Jahr Pause gemacht. Aber er hat ein Jahr Pause gemacht, deswegen ist er nicht fit. Er hat ein Sabbatjahr gemacht, wie heißt das? Sabbat, ne? Ja, Sabbatjahr hat er gemacht. Geil Kommentar, geil. So, achso, ja hier, Trailausgang. Ne, nicht Trailausgang. Oha. Ne, sieht man nicht. Wir sind mitten auf dem Trail. Ja, das kannst du gut rollen. Aber ich sehe nichts mehr, Kollege. Ich auch nicht. Scheiße. Wie war das Wischen da von Kilo und ich Wischen? Trail! Ich höre auf dem Boden. Ja gut, ich geh hier rein. Ja? Ja, hier. Okay. Ach so, ein Lenkerchief? Ja, voll geknackt, Alter. Lebo am Boden. Lebo hat sie gefangen, ich war nicht am Boden. Lebo war am Boden? Ja. Ob du das sehen wir auf der Kamera? Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Du, dass ich schneide. Das ist ein langer Tag. Ich bin zu meinen Fehlern. Muss man auch, das macht uns ja auch so sympathisch, dass wir nichts verbergen, so weißt du? Pili 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 Jawohl, da ist er schon wieder am Boden fast. Der ist ungerissen. Nee, ich hab Grip ohne Ende. Gott sei Dank, ey. Gar nicht, ja? Füßchen! Ja! Du bist zu lehm, Alter! Musst du stehen bleiben! Ah! Hier! Juhu! Juhu! Gut gehen wir. Wir warten. Ach so, ja. Okay. Genau an der Stelle. Ja. Ja. Ganz schön schmutzelig. Das ist schön, das ist schön. Das ist geil, ne? Ja, schöner Trail. Nice. Schönes Ding. Das Levo kann das! Das Levo kann das! Das Levo kann das! Das Levo kann das! Alter! Du scheiße! Jungen! Gut! Ja, ne? Ja! Ja! Alles gut? Du hast es drauf, ja. Junge, 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 Junge! Hat er richtig ein Stopping gemacht? Hast du gesehen, Alter? Boah, krass, ey. Richtig auf einmal hart ist er, also von vorne. Ey, guck nicht mehr abwenden. Zwei Meter betrogen. Ja, Junge, Junge. Geht's dir gut? Ja, der ist weich gefallen. Der ist gut weich gefallen, auf jeden Fall. Junge! Der Schaufelbagger, Alter! Seid froh, dass das so weich war! Stimm mal vor, er wäre ein Filsen gewesen. Tot, Alter! Hätte alle Knochen gebrochen. Scheiße! Alter! Guck mal, der Helm ist geil! Der Helm ist voller Blätterhalter hier oben! Warte, komm wir ja nicht abmachen, muss ich filmen! Warte mal, Moment, Moment, wir haben erstmal... We have a problem. Dann muss ich euch zeigen hier, Leute. Guckt euch das an! Guckt euch das an hier! Guckt euch das hier an! Guck mal den Helm, weißt du! Ihr seid froh, dass du weich war. Ich war schon mal vor einem Filsen oder sowas gewesen. Wir haben hier vorbei gewesen, ey! Oh, Neumann, was ist mit dir? Ist alles reif oder was? Boah, Alter! Mega reif und herrlich, mega! Juhu! Junge, Junge! Was ist denn mit deinem schein Reifen los? Juhu! 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 Ja! Keine Ausrede! Ja, sieht man da auch! Juhu! Der übelste Rutscher hat der hier! Boah! Kenn ich so gar nicht mehr von dem Reifen, aber ihr wisst ja mal früher, Leute! Braucht doch den Hydro! Aber letztes Mal war auch niedrige Temperatur, ne? Jetzt ist es wärmer! Vielleicht deswegen, keine Ahnung! Ist so am schmieren, das Ding! Ja, ja! Auf den Blättern habe ich das gesehen bei dir! Ja! Ja! Papa! 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 Oh, ich hab noch keine Bremse gehabt! Rettwein, es gibt's nie mehr! Wow, Alter! Boah! Außer die Brille, ey! Verdammt der Scheiße! Woohoo! Boah, meine Brille, Alter, ich seh nichts mehr, ey. Du, ich hab Luft in der Bremse, Alter, hinten. Ich hab Luft in der Bremse, hinten. Ich komm grad so durchziehen, ne? Scheiße. Haben die dich abgehängt oder was? Haben die dich abgehängt? So, Leute, Akkuwechsel gleich. Blutwurz. 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 Guck mal, das ist ein richtiger Sprit. Guck mal, guckt euch jetzt so. Nur nicht mal zwei Sekunden, war der Becher leer. Das muss man genießen. Das kostet 25 Euro, die Pulle. Ich hab vorher nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Seit ich den Marcel trinke, erkenne, trinke ich jedes Wochenende Alkohol. Keine Bremse, wir fahren weiter ohne Bremse. So, wo fahren wir hin? Top-Line haben wir gesagt. Top-Line. Juhu. 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 Erster Drop. Zweiter Drop. Oh nein, schon wieder vorbei. Oh nein. Hier, ich weiß auch, wo der Double, der Double ist da. voll drüber keine bremse oh wie wir sehen oh michael alter das war wieder zum danken kann jetzt fortfahren sofort eine neue Leine entdeckt hier der bolle hat uns wieder verleitet ja auf jeden fall blutwurz wir legen jetzt den dritten Akku da ja der dritte Akku kommt jetzt paulus schmierig im Gesicht so ist die Karte also Freunde kurzes Outro heute ja mach ich ja 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 ja